wir sind hier im adenwald immer noch ziemlich am anfang also wir haben glaube ich gerade mal drei folgen hier jetzt gemacht wir sollen einmal da hoch hier rüber ist endlich da ist die höhle da sind wir mal verarscht worden sie müssen sich beruhigen besiegt springens im geisterteil und benutzt das seelennetz um ihnen die gestohlene animal zu entziehen nichts mehr zu geben stellt die seelengestalten von slagnen guri und abu im geisterteil wieder her ich hase die dinge so und jetzt mache ich was ach das ist die kleine die das eichhörnchen oder was das sein soll sehr interessant so entfernt gestohlener anima von getöteten springens im geisterteil schelmischer schuss ich glaube die quest haben wir ganz schnell fertig was aber du und wer ist das wollen wir den markieren okay illusionär hat mal deswegen verändern ihre gestalt okay die haben aber nie was hierfür schaden reinkommt so du musst sterben mein freund anima entziehen wenn ich ja der greift jetzt schon an ich habe gedacht ich könnte vielleicht dran kommen aber keine chance so von dem brauchen wir dann nur noch zwei hallo ich würde sagen du bist eine katze ich bin ein mensch du bist eine katze und du hörst dich an wie heißt die katze aus alles im wunderland sie ist auch ein bisschen so aus grinsen katze so die quest haben wir fertig wir müssen uns selbst halten so komm mit eine eule ich kann wieder fliegen danke hallo wer hat denn hier die meiste arbeit gemacht er bestimmt nicht so gehen hier damit wir hier nicht verschlossen wo krieg ich den scheiß schlüssel her da ist eine harfe ähm so ich glaube wir müssen die harfe spielen dass wir einen schlüssel bekommen ich bin mir aber nicht sicher ok oder liegt hier irgendwo noch ein schlüssel hier sonst gar nichts wenn wir jetzt nicht gekommen hätten was zu ende spielen kann ich muss zuerst etwas anvisieren und wir haben schon wieder ziemlich wenig leben ich habe nicht betrogen ihr war zu zweit also bitte passiert gar nichts ich will mal die eine quest hier schon mal abgeben wir sind level ab geworden sägel der macht verleiht dem ziel 20 sekunden lang macht die sein tempo um 25 prozent erhöht ok und jetzt sind die mobs schon wieder nur noch grün geschrieben wie kriegst du bleibst da drüben du bleibst da drüben so was haben wir hier jetzt und welche art von geist seid ihr das ist das ist ein otter mit sich der hochmütige bezwingt mit sich den hochmütigen da drüben ich würde sagen wie kämen die beiden hier dann kommen wir ohne zu reden rüber ich werde jetzt So, Hallöchen, mein Freund. Was bist du? Ein Borkenkäfer? Da sitzt ja einer drauf. Echt jetzt. Panzerhärtung vorbei und zack wird wieder gehärtet. Was haben wir? Trefferschau sind 20% verringert. So. Ja, ich komme nach. Ich will diese Truhe hier aufmachen. So, lasst mich einfach in Ruhe. Lasst mich einfach in Ruhe. Hallo. So. Bitteschön. Heimkehr der Seelen. Meldet euren Erfolg. Romanin Taschmur in Tirnawal. Und wir bekommen Hände, wenn sie sich nicht aufwerten. Oh, zum Baum! Zum Baum! Beim Baum sind wir sicher! Ja. Mal kurz gucken, ob es irgendwas gibt, was wir noch brauchen können. Ah, hier der Schmuck, den wollte ich mir noch angucken. So, wir gucken uns erstmal den Schmuck an. Ähm... Eure schadenverursachten Fähigkeiten haben eine sehr kleine Chance, ein Trustungetüm zu beschwören, dass euer Ziel zerschmettert und allen Gegnern in der Nähe 3155 körperlichen Schaden zufügt. Äh... Ich würde sagen, 23 Intelligenz, 31, erhüllt euch noch ein bisschen... Vom Bach zum See, Wasser kehrt zurück, willkommen zum Hause. Moment... Was... Ich muss mal kurz hier... Was wird denn verkauft? Ähm... So... Aber dafür Crit und Meisterschaft. Der Dolch... ... wird entzaubert. Die Füße werden auch entzaubert. Der wird verkauft. So, Handwerkswaren. Kommen hierhin. Äh... Ja, ich weiß es nicht, sollen wir den jetzt anziehen? Weil er hat Crit und Meisterschaft drauf, hat dafür weniger Intelligenz und weniger Ausdauer. Ähm... Ja, wir nehmen... Dann können wir den hier verkaufen eigentlich. Ja, ich behalte den erstmal. Ich behalte den erstmal. Gut, dann... Hallo. Hilfe für Tiernaval abgeschlossen. Na, das ging schnell. Zweite Geschichte stand schon. Gut, dann... Würde ich sagen... Hier die Quest nehmen wir dann morgen an.